Willkommen bei Eissauna Minden. Hier werden Körper und Geist auf medizinischer, physikalischer und mentaler Ebene belebt. Profisportler und Stars wissen die Vorteile der Kälteanwendung unlängst für sich zu nutzen. Es wird trockene Kälte von ca. minus 160 Grad Celsius für 2-3 Minuten pro Sitzung in einer speziellen Kammer angewendet. Vorab bekommen Sie in unserer Praxis eine Einführung und füllen den Aufklärungsbogen aus. Die eingeblasene Luft ist extrem trocken und fühlt sich daher nur wie ca. minus 5 Grad Celsius an. Durch den Kältereiz reagiert Ihr Körper mit zahlreichen positiven Effekten, wie beispielsweise Hautstraffung, Stärkung des Immunsystems und kann eine Linderung der Symptome bei chronischen Krankheiten bewirken. Nutzen Sie ebenso unser professionelles Fußpflegeangebot und gönnen Sie sich eine wohltuende Pediküre in moderner Atmosphäre. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!